Hallo Fußballfreunde, herzlich willkommen zum Kicktalk und am Samstagabend müssen wir natürlich noch mal ganz kurz über das Spiel Schalke 04 gegen Köln sprechen, die ja zu Gast beim 1. FC Köln waren und mit 0 zu 3 vollkommen verdient verloren haben. Es gab eine Szene im Spiel, die mal wieder Alexander Nübel betrifft, das 3 zu 0 für die Kölner erzwungen durch Florian Kainz, obwohl es war nicht erzwungen, weil es einfach erneut ein Patzer war von Alexander Nübel, der sich da selbst das Tor reingemacht hat, einfach mal so dumm gesagt. Und darüber muss man einfach jetzt noch mal sprechen. Ich möchte nicht noch mal so auf Nübel draufholen, wie ich es vor einer Woche getan habe, nach dem Leipzig-Spiel, da waren sehr, sehr viele Emotionen dabei, zu der Meinung stehe ich aber heute noch, die ich dabei Thieles Meinung gebracht habe. Jetzt will ich es etwas sanfter angehen, denn ich finde, das muss heute Alex Nübels letztes Spiel für Schalke gewesen sein. Das sage ich ehrlich, das sage ich auch sachlich, weil es wird langsam wirklich Zeit. Ich habe schon nach dem Leipzig-Spiel nicht verstanden, warum Wagner nicht wieder Schubert ins Tor stellt, der ja auch wieder fit ist, denn man hat ja nichts zu verlieren. Nübel zeigt erstmal aktuell keine guten Leistungen, Schubert hat es jetzt auch nicht komplett gut gemacht, aber was hat man zu verlieren? Man kann jetzt einen Keeper aufbauen, man kann sehen, ob das funktioniert mit ihm über den Sommer hinaus oder vielleicht, ob man im Sommer auch nochmal was machen muss. Mit Nübel verliert man einfach Zeit. Jetzt aber zu dem Thema der Patzer. Nübel auch heute wieder nicht auf der Höhe gewesen, auch kopflich oder vom Kopf her wirken für mich auf jeden Fall alle Schalker nicht auf der Höhe heute, das ist mal ganz klar. Aber Nübel eben auch nicht. Das 3 zu 0 war mal wieder ein Sinnbild seiner aktuellen Verfassung. Den Ball schaufelt er sich ja selber rein, er will ihn fangen, er kriegt ihn nicht, er will ihn nochmal fangen, kriegt ihn nochmal nicht. Dadurch geht er dann durch seine Beine und dann hinter der Linie und dann ist er zu spät dran und kriegt den Ball nicht mehr. Das ist Wahnsinn, dass ihm sowas passiert und man merkt einfach, dass es aktuell nicht mehr passt. Und ich finde, und das ist meine ehrliche Meinung, zu seinem eigenen Schutz sollte er nicht mehr im Schalker Kasten stehen. Denn stellen wir uns mal vor, am Dienstagabend im Pokalspiel gegen die Bayern, gegen seinen zukünftigen Verein, macht er auch so einen Patzer. Dann gehen die Fans richtig auf die Barrikaden, was nicht in Ordnung ist, aber was dann irgendwann noch durch die Emotion einfach passiert. In zwei Wochen steht das wichtigste Spiel womöglich der Rückgrund an, das Derby in Dortmund. Wenn ihm da so ein Patzer passiert, dann wird es noch einmal härter. Und davor müsste man ihn auf jeden Fall schützen, denn aktuell ist er gedanklich vor allem auch vom Kopf in einer Verfassung, die ihn sozusagen nicht dazu berechtigt, bei Schalke nur für ein Tor zu stehen, weil es für ihn einfach zu schwierig ist aktuell. Das muss man einfach so sagen. Deswegen finde ich, muss jetzt auch Wagner sich selber eingestehen, dass er damit einen Fehler gemacht hat, dass er heute Nübel aufgestellt hat. Und spätestens am Dienstagabend gegen die Bayern muss zwingend Marco Schubert im Tor stehen. Nübel sieht seine Zukunft woanders und es ist jetzt an der Zeit, Nübel nicht mehr ins Tor zu stellen. Einmal für den FC Schalke 04, aber eben vor allen Dingen auch für seinen eigenen Schutz. Denn wie gesagt, sollten ihm nochmal solche Patzer unterlaufen, wird es für ihn noch einmal schlechter ausgehen auf Schalke. Auch heute wurde er nach seinem Patzer wirklich von den eigenen Fans ausgefiffen. Dass man das in Köln im Stadion überhaupt gehört hat, bei dieser wirklich guten Stimmung logischerweise beim 1. FC. Das ist halt einfach auch schon ein Signal. Die Fans stehen schon lange nicht mehr hinter ihm. Aktuell verspielt man sich, ja, was eigentlich gar nicht mehr da ist, aber man verspielt sich trotzdem was. Und Wagner muss wirklich aufpassen, wie er mit diesem heikenen Thema umgeht, denn da kann er sich auch selber ein kleines Grab schaufeln, sagen wir mal so. Deswegen, klare Meinung von mir, Nübel muss raus aus dem Tor. Denn noch einmal, solche Patzer wie letzte Woche gegen Leipzig oder wie heute gegen Köln, kann man sich oder kann er sich vor allen Dingen nicht in einem Spiel wie gegen Bayern oder wie eben in zwei Wochen gegen Dortmund erlauben. Weil dann wird es für ihn richtig, richtig hart. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Meine klare Meinung schreibt deine Magenten unter die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.